Oh, Hallihallöchen zum nächsten Spiel von FIFA 15! Weiter hier natürlich in Liga 1, diesmal gegen den FC Bayern München in München und am Spiel hat derselbige. Ja, und er spielt sehr defensiv, habe ich so das Gefühl. Ab geht's! Und wir gewinnen es. Wir gewinnen es, weil wir es können, weil wir es können, sage ich euch. Für all diejenigen, die sich das Video anschauen, momentan habe ich nicht gerade viele Zuschauer, denn ich bin nicht bekannt. Für all diejenigen, die es interessieren sollte, in irgendeiner Art und Weise, ich kann gerne ein bisschen Tutorials machen zu FIFA. Da bin ich einigermaßen gut. Ich weiß nicht, wie man es abseits läuft. Auf jeden Fall bin ich einigermaßen gut. Für diejenigen, die es irgendwie interessieren sollte, gerne. Einfach mal in die Kommentare reinschauen. Ja, jetzt nicht gerade viel Stimmung, ich wünsche, ne? Ja, muss auch nicht, muss auch nicht. Ich meine, das spielt Bayern. Das mag ich nicht. So, Marcelo auf dem Weg nach vorne. Wollen wir mal. Umdrehen und Benzema. Und einmal nochmal hoch. Und nochmal hoch. Komm, den hol zu dir. Bäh! Nein! Verdammt, noch eins. Fast hätte es geklappt. Fast hätte es geklappt. Komm, den hole ich mir. Nein, den hole ich mir nicht. Doch, den hole ich mir. Ganz unten läuft. Hallo, na, lo. Benzema! Mama, wer! Ich sag dir, ey. Ich muss noch mal ein bisschen Schusszähling machen. Oh, nein, 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 nein! Alter Schwede, ich sag dir, ey. Ist ja nicht mehr feierlich. Hab ich keinen. So ein bisschen Kontern. Nur so einen leichten Kontern. So einen Ansatz davon. Oh, da unter mich umdu, das... Boah, nein! Nein, den muss ich wahrscheinlich auswechseln. Ja, aber puh, komm, hör auf hier. War doch nix, ne? Ja, er ist da passiert gleich wie im letztes Spiel. Ich fasst ihn nicht. Ich fasst ihn nicht. Neh, ganz unten wieder 안halten. Los, sch, sch, sch. Was ist gut? ganz locker ganz locker nochmal ronaldo suchen ganz locker das spiel ganz oben läuft Bale den ich zum Glück nicht ausweisen musste kann zurück passen kann er ja James Rodriguez ohne Torerfolg aber es ist ein weiterer Schuss es ist eine Annäherung mich interessiert eine Annäherung nicht ich will nur ein Tor PP was machst du denn da wieder für eine Scheiße das ziehe ich jetzt mal durch glaube ich okay das war jetzt eigentlich nicht gut hat trotzdem irgendwie geklappt komm 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 wenn sie mal ich weiß nicht wie ich anspielen soll hier steht keiner so richtig schön vor das live ha 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 wo steht so der das mit Frau más du mich so dann die von ihm passen nur zu mir und soll in den Standort die ihre was er ihnen passt ich werde gelaufen Prozent auf geht zwei und die Verbrüse in die Fernseher Alme der Verbrecher nicht einfach seitens die Masse und um Kroos Mootel jetzt läuft nicht in der steht komplett hinten er blockt ja alles weg kann wieder groß ich weiß nicht wie ich mit dem schießen soll ich versuche was auch mal groß neuer war klar dass er den hält er ist nämlich ich weiß nicht wie ich anspielen soll es die keiner so wirklich schön läuft in den Raum weil der Stärken viel zu viel von der Scheißdrecks Verteidiger FIFA das Spiel das er meistens aufregt dass er noch nicht mal hinten liegen und zwar richtig abgehen ja und richtig ließen du bist nicht mal schuld das Spiel verkackt nicht einfach erst hast dich eine oder der das ist schlimm komm schon ja wer er sein aber man will ich sehe auf dich und zumindest in die Fresse so wie du es gemacht hast das war nicht gut das war nicht gut das war nicht gut muss jetzt mit dem Aukio ich glaube ganz nach außen mit dem Weg nicht gehen kann da zu innen rein gehen Oho ho 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 Marcelo mein lieber Herr Gesaust sei nicht schlecht warum kommen gibt es so wie die Tree trinkst du sehr schön wir gibt nichts mehr und ein bisschen rübergepasst und noch mal rein und jetzt komm mach ihn äh nicht er macht ihn nicht Spuren im Schnee ja äh ja geil bisschen arg viel offener das finde ich nicht so finde ich gar nicht so BP kaum gewinnt mal gewinnt endlich mal ein scheiß Kopfballduell meine Fresse Volker direkt vom Spiel Ronaldo Benzema Ronaldo nicht mehr aber ich habe die Vorurteile Julien sie will es ist ja sie in Vorurteile stand mir im Weg wenn ich am Ball laufen bin sie werden fett im Weg reinlaufen ich hab sie umgehört ja weil ich mich an das Kunde und noch zuvor die vor dem Weg rein gestellt werden ich habe ihn gefordert ja Lieblingsrichtung ich hoffe das zeigt sich auch dieses Mal wieder ich liebe die Kinder ich liebe die Kinder an Sieg braucht so zu wird sehr erwünscht sein wir kommen vom Ausziehender herzlichen niemals vor niemals Alter niemals er bleibt zu liegen aber niemals vor voll auf den Ball komm Bail 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 zu lange gewartet einfach viel zu lange gewartet was mache ich denn da das ist sogar mit den Händen halten können da den Punkt schön die Mitte dicht machen das habe ich echt nicht kommen sehen so alter Schwede jetzt überrascht mich schon ziemlich bitte Benz äh PP ja danke endlich gewinnt mal ein Kopfballduell ein sehr wichtiges sogar Ronaldo jetzt geht's ab hier oder auch nicht oder nicht oder nicht oder nicht Marcelo nochmal Marcelo Marcelo scheiße dreh dich dreh dich dreh dich schön er hält fest geh mal rein geh nach außen weiter komm ja komm komm hier hier gib ihm Fall du du Sack du alterne ne er ist ja nicht mehr feierlich still nein ganz oben da läuft da läuft da läuft da läuft da läuft 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 ja schön zu zweitens das würde ich jetzt als Faul abstimmen aber ok schließlich das andere Meinung pfeift er nicht viel da denke ich keine Ahnung ok oben muss ich dicht machen mit PP ich muss dicht machen ich muss einfach dicht ich weiß nicht was ich dann was ich machen verdammt ich hätte doch reingehen sollen ne mhm scheiße ey 1 0 hinten ich hätte reingehen sollen bisschen vorrücken dann steht er da oben abseits und dann rein haa so ne Scheiße er hat ihn gut getroffen er hat ihn gut getroffen aber darf mir nicht passieren warte vorgängig mindestens Gelbe es statt bei der Ticketier blöds Arschloch ja so sieht's aus weiter geht's schade nicht gut gar nicht gut es bleibt bei nicht gut das ist besser auch von Aldo und der Welt ist so schön kommen können hätte werden der VW doch nicht zu dem zu von Aldo Vogel du Blinschleiche das will ich sie ist das doch getrückt so hast du nicht Prozent in was du bist nein ich dachte schon das war es gewesen ich akzeptiere keine Niederlage ich akzeptiere das ich hab so guten Lauf ohne Niederlagen das kann ich nicht akzeptieren hat aber auch noch Zeit will hier ein Sieg inzwischen wollen können und haben ist natürlich ein Unterschied aber trotzdem will also hole ich mir auch aber von Aldo kommen ja 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 sehr schön sehr schön sehr schön nein der hat noch ganz leicht bewirkt so ein Scheiß so die Gäste soll sie schießen nicht ich darf bemühen den Ball zu kriegen er kommt doch nicht zu dir ganz um der läuft jetzt der läuft der läuft der läuft 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 das war jetzt absolut nicht gut das war nicht gut ich weiß nicht was da passiert ist er ist er ist er ist er ist scheiße ich hasse Bayern aber auch ich sag's dir wirklich ganz im Ernst ich hasse Bayern wie die Pest als Gegner ich weiß nicht warum aber ich hab dermaßen Probleme gegen die zu spielen Tuckgottes Ding da ins Tor ach du Schande ja das ist jetzt ungeil groß groß NEIN ich kriege Herzinfarkt Junge doch was was ist los mit dir also einfach den Ball annehmen hat nicht so ewig viel Zeit doch mal Alter Alter Kassio sauber gehalten ne nee abseits ich muss jetzt voll in die Offensive das anders klappt eh nicht mehr nicht wahr aber ich bin 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 ich war ganz weise das ist auch bei sich nicht zu da Kassio haupt gut vier So, jetzt kann er was, wenn ich 2-0 hin werde. Ich sehe schwarz. Nicht gut. Aber auch kein gutes Spiel von mir. Aber wie gesagt, ich pack's gegen Bayern einfach nicht so richtig. Unten läuft Bale. Den kann ich spielen. Der macht einen kleinen Trick. Spielt ihn zu Benzema oder wer auch immer das ist. Macht ihn leider immer noch nicht rein. Komm, mach hin! Ja, der ist drin, der ist drin! Egal, immerhin immer 2-1 freuen. Ist er nicht so schlimm wie 2-0? Ich habe mir ins Tor geschossen. Das werde ich nicht mehr packen. Der wird jetzt schön in die Defensive reingehen. Das kann ich vergessen. Hey, immerhin. Volle Offensive. Volle Offensive, habe ich gesagt. Volle Offensive. Es ist mir scheißegal, was er macht. Das sieht mich einfach nicht. Sobald. Da klar. Es müssen da alle Räume, die wir mit natürlich geben. Ah, da freut sich, ah, freut sich de Manu. Da freut sich so, dä. No, dä. Vielleicht bin ich ja gar nicht... Deine Freundin. Vielleicht bin ich Manuel Neuro. Ja, ähm. Wann sieht sich im nächsten Video? Hoffe ich. Schönen Tag wünsche ich euch, ne?